Leute, da sind wir wieder mal wieder auf einem neuen Weg, gute Sachen zu finden, in der sechsten Folge jetzt vom Projekt von Faro 2. Ich bin draufgejoint, ich bin draufgejoint, ich bin draufgejoint, ich bin draufgejoint. Du bist heute so schnell, du hast. Das geht so nicht weiter. Das ist kein Zustand. Bist du da, bist du da, bist du da. Ihr habt minus sechs Sekunden noch, hä? Bei mir steht es, das heißt, das sind die Schutzzeiten, ne? Ja, ich kann mich noch nicht bewegen. Ja, ich schon nicht. Früher ist da so ein Countdown runtergelaufen. Ah, jetzt geht's los, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Hä, auf welcher Seite ist es denn raus? Bauen wir uns wieder raus. Ach so, das weiß ich auch nicht mehr genau. Wir haben uns ja ein bisschen hier eingebaut am Ende. Warte, slash, mv, was kann man da machen? Wir haben hier wieder was eingesammelt, was kann ich denn wegschmeißen? Äh, mal strikes, äh, kills und teams. Okay. Okay, ich geh mal hier ein bisschen raus und baue hier was ab. Okay, ähm, okay, sind noch... Ich nehm mal die gute Eisenspitzsacke nicht so. Ah, ist doch, Christian, ist noch jemand gestorben. Kinimod ist gestorben. Echt? Ja. Das hab ich... Waren wir da on? Nee, ne? Nee, nee. Okay. Dann haben wir es auch so nicht mitgekriegt. Dann lass es jetzt ein bisschen Rad fahren. Okay. Bis hier. Also warte, ich hab noch ein... Ja, mein Schwert, dann... Hab noch ein Schärfe 1 Schwert, nur Christian. Ah, Schärfe 1, ja egal, das nehm ich auch. Ich nehm alles. Bist du das? Nee, das bist du nicht, das ist so ein Typ. Warte mal, ich will noch nicht zu weit weglaufen. Wo bin ich jetzt hergekommen? Ich bin von hier oben gekommen. Wir müssen aufpassen, wenn wir nachher aus dem Netter kommen, weil wir machen jetzt circa... Wie viele Folgen? Drei, oder? Ja, im Netter meinst du? Mal schauen. Nee, nee, einfach halt nur drei Folgen insgesamt heute. Und Nikon, also halt, ja, Z-Wangs, so heißt es, Ingame. Die, ähm, ja, die kommen auch nachher noch drauf, eigentlich heute um 20 Uhr drauf, aber irgendwie muss jetzt noch irgendwie weg und keine Ahnung. Ah, aber naja, wir sind hier die pflichtbewussten Spieler, die hier schön ihr Equip farmen, die hier die Level farmen. Und wir machen jetzt, gehen jetzt vielleicht diese Folge in den Netter, dann gehen wir raussuchen und uns ein paar Strings für Bögen. Genau, beim Bogen haben wir noch nicht, der aktive Zuschauer hat das gemerkt. Ja, kämpfen, mal schauen, also es haben ein paar Leute ja schon gefragt. Vielleicht waren es auch weniger. Vielleicht waren es auch weniger seriöse Anfragen, aber naja, wer gefragt hat, hat gefragt. Und dann sind wir da auch in der Überlegung, ob wir das annehmen, diese Herausforderung. Ja. Okay, ich habe jetzt gleich 18 Level. Das schöne Bing-Bing-Geräusch. Das freut einen immer wieder. Also ich bin jetzt ein bisschen raus. Ich bin wieder aus der Höhle rausgelaufen. Und dann rechts rum. Rechts rum bin ich von der Höhle aus. Brauchen wir Emirates? Nee, eigentlich nicht. Kannst du in die Lava werfen. Das ganze nette Quarz brauchen wir auch nicht, ne? Da kann man ja nur Quarzblöcke draus machen. Warte, was soll ich denn noch wegschmeißen? Ähm, Facken und vier Pfeile brauchen wir die? Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, Redstone, ähm, was soll ich wegschmeißen? Redstone brauchst du nicht. Warte mal, ich habe hier eine kleine Höhle gefunden. Okay, naja. Ja, wir sind Fallenmeister. Ja, Christian, wo bist du? Warte, ich komme mal wieder dahin, wo es so offene Skilände war. Achso, ja, klar, warte. Ähm, ich bin jetzt wieder ungefähr da, wo wir aus der Höhle rausgekommen sind. Ah, da bist du, ja, ich sehe dich. Okay, gut, warte, dann lass ich hier mal kurz irgendwas aufstellen. Achso, stimmt, was ich noch machen wollte, ist mir jetzt eine Steinachse zu machen. Kannst du mal bitte, äh, Enchanter machen, bitte? Äh, achso, stimmt, warte. Das habe ich wieder vergessen. Und du kannst mir nachher das Kies droppen, dann mache ich das mit den Dingern. Wie heißt das? Ähm, mit Kies und sowas. Ähm, achso, du meinst die, ja, die Feuerstein und so abbauen, ja. Ja, warte ich jetzt ein... Genau, das Schwert kannst du mir geben, dann mache ich mir... Brauchst du eins oder nicht? Ja, ich nehme es auf jeden Fall. Schärfe eins, Schärfe eins, okay, die kann ich auf jeden Fall schon mal hier kombinieren. Alles klar, dann müssen wir wieder, dass ich da zwei. Das braucht auf jeden Fall jeder Menschen mit... Äh, Sticks, ja klar, immer. Ich meine, Spinnen sind furchteinflößende Tiere. Alles klar. Also kannst du mir grad mal mein Ding geben, bitte mal ein. Hab es? Äh, okay. Ich hab's schon, hab's schon, hab's schon, hab's schon. Ja, ich habe noch 32, also ich brauche erstmal auch nichts. Schärfe... Ach nee, das... Hä? Nein. Stopp, Moment, ich musste ja erst das Schwert kombinieren. Schärfe, Haltbarkeit, nee. Willst du Schärfe, Haltbarkeit? Äh, ja, das kostet mehr Level, ne? Ja, das kostet nicht so viel mehr, ne? Ähm, du hast mein Lapis eingesammelt, kann ich wieder... Hey, kannst du mir bitte, äh, dein Schärfe-Schwert geben, dann bekommst du Schärfe-Haltbarkeit, dann hältst du jetzt auch länger vielleicht. Okay, hier. Oder wie du willst, wenn du willst. Ich hab Schärfe... Ich hab halt Schärfe-Zwei-Schwerter. Schon. Ja, dann, warte, ich hab hier ein... Ich hab halt einen Schärfe-Zwei-Schwert und einen Schärfen-Haltbarkeit-Schwert. Was willst du? Äh, ach egal. Hm. Ja, ich, ich mach die Schärfe-Zwei einfach, komm, hier, die zu Schärfe-Zwei. Ja, warte, gibst du dir einfach mal, ich hab dir das Schwert einfach mal gegeben, weil, komm, wir... Ja, ja, das kann, kann man für nachher bestimmt nochmal verbrauchen. Ja, weil... Jetzt kombiniere ich die. Du mit Schärfe-Fünf zu machen noch. Okay, da ist wieder ein grunzender Typ. Okay, ich geh nochmal auf die Level-Suche, weil dann kann ich mir gleich auch Schärfe-Vier machen. Warte, hier hab ich doch gerade das... Das war ja da, da war... Das war ja da direkt. Ich kann aber vielleicht nochmal Schärfe-Zwei machen und dann hab ich, ähm... Okay. Ja, Schärfe-Vier hab ich auf jeden Fall auch gleich, also, wir haben beide auf jeden Fall sehr gute Schwerter. Die Blöcke hab ich gerade gar keine. Ja, aber ich versuche jetzt halt noch Schärfe-Fünf hinzu. Ich nimm mal alles mit, ne? Ich hab nicht mehr so viele Steinblöcke, okay. Ich sollte... Weil ich hab viele Stacks weggeschmissen, das soll ich auch behalten. Ja. Ja. Dann baue ich das hier. Ja, lass uns mal ein bisschen weiter dann noch weglaufen. Warte, wie viel, wie weit sind wir jetzt schon weg? Da hab ich so viele Blöcke. Also, ich hab die Spawn-Calls ja nicht aufgeschrieben, aber du hast es gemacht. Ja, 200 Blöcke, circa. 200 Blöcke, 100 bis 200 Blöcke, das ist es mir. Okay, ja, das ist nicht so viel. Hast du alles mitgenommen von da? Also, Zaubertische? Ja, ich hab alles mitgenommen, hab alles mitgenommen. Okay. Dann... Ja, ich hab jetzt nämlich 10 Level, also, ich könnte das schon machen, da. Ja, ich bin weiter nach rechts gelaufen. Wo bist du? Ja, hier, ja. Kannst du nur den Amboss kurz aufstellen? Ich sammle hier das ganze Scheißzeug wieder ein. Ja, ich bin minus 60. Ähm... Aber wir sind nicht, ich bin in die falsche Richte gelaufen. Ah, nee, das ist hier, das ist hier nur eine Werkbank. Ja, hier bist du. Ja, hallo, hier. Na, wir müssen in die andere Richte gelaufen, nicht die hier, weil von hier sind wir genau. Okay, ups. Oh, da krieg ich automatisch Haltbarkeit drauf. Ach, nee, warte, nee, das war das falsche Schwert. Was ist das hier? Dann hätte ich Schärfe 4, Verbrennung 1. Das ist auf jeden Fall richtig hart. Ja. Ich hab Schärfe 4, Verbrennung 2. Nein, ups. Ach, das heißt... Ja, egal. Egal, kein Ding. Dann nehme ich das Haltbarkeit-Schärfe-Schwert ins Inventar. Nimm noch einen Apfel. Hast du einen Apfel? Ja, ich hab ihn. Weil da hat jeder 2, hat jeder 2. Dann sortier ich mich hier ein bisschen. Mach so Tieren nachher, wenn wir draußen sind. Ja, und dann passt das schon wieder. Da ist wieder ein Gas. Ich mach jetzt glaube ich mal eine Eisenspielsack und lass uns jetzt gleich X mal weg. Okay. Ja, mit Gas habe ich ja schon eine Begegnung gehabt. Ich sehe ihn gerade nicht. Du bringen uns aber nichts, deswegen lass ihn einfach. Weil wir können ja keine Regenerationsbränke machen. Ja, aber trotzdem... Ja, genau. Das ist halt... Deswegen will ich schon ausweichen. Ich würde hier runtergehen. Warte, wo ist der? Hier, warte. Da ist der, der backt ein bisschen im Block. Du baust dich da hoch. Ich gehe hier um die Ecke. Also wenn du dich zu mir umdrehst, dann rechts rum. Ja, warte, ich gehe da jetzt nicht hoch, dass du mir zu wirst. Pass auf, dass du uns nicht runterschießt, ne? Oh, fuck, hier ist Lava. Ich bin fast in die Lava reingelaufen. Okay, das wäre ein sad Moment. Ah, gehen wir hier weiter. Hier geht es in einen weiteren Teil der Höhle. Ich würde da auf jeden Fall noch hingehen. Wäre man auch auf jeden Fall vor etwas zu bleiben. Jetzt muss ich mich wieder hochleveln. Jetzt habe ich ja gar kein Level mehr. Oh, oh, geh hier nicht weiter. Geh hier nicht weiter. Warum denn nicht? Auf keinen Fall gehst du da weiter. Barriere, stopp. Warum denn? Was ist denn? Da ist nämlich ein reiner Lavasee. Darf ich da reinspringen? Ja, klar, aber erst später, wenn wir alle off sind. Na ja, wo denn? Da, wo ich die Steine hingebaut habe. Hier geht es aber weiter. Wollen wir uns drüber bauen? Willst du ein bisschen fast bridgen? Ja, bitte. Lass mich. Okay. Lass mich hier lang so auf der Seite. Ja, können wir machen. Ist der massiv, der See? Ne, der hat da schon sein Ende. Warte, ich gehe hier runter und baue die hier ab. Also pass auf, dass du nicht stirbst, ne? Ja, schon klar. Aber ich brauche dich. Du bist halt schlecht, aber trotzdem kann ich dich nicht glauben. Ja, trotzdem habe ich manchmal noch meine hellen Momente, Lars, ne? Ja, hier unten ist so eine Höhle und da bin ich reingegangen. Okay. Hier sind Leute. Ich schätze. Ne, sind sicher keine Leute, wenn niemand auf dem Server ist. Ja, schon. Ja, soweit denke ich auch schon mit, Lars. Guter Test. Ja. Glowstone-Staub. Glowstone-Staub, naja, brauchen wir auch nicht so viel, ne? Ein Stack wird schon reifen, oder? Ne, das ist schon wieder die hellste Erfolg rum, ne? Ja, das geht echt schnell vorbei. Und wir haben eigentlich nicht so viel geschafft. Hier sind nochmal ein paar Levels. Aber okay, ich habe ein kleines Schwert-Upgrade gemacht. Ich habe Level gefahnt. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einer Nether-Festung. Vielleicht schaffe ich jetzt Schärfe 5, ne? Okay. Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht mehr. Hier. Ja, da oben sind noch Level, aber da gehe ich jetzt mal nicht hin. Ich gehe einfach hier weiter. Warte, Pilze hast du gesagt. Da brauchen wir noch, oder? Aber nur die braunen. Ja, ich habe schon Pilze. Habe ich schon. Okay. Wo bist du circa? Warte, ich bin einfach um den See rumgegangen. Ja, ich bin jetzt in der Höhle. Ach so, ja. Ja, egal. Bleib da. Bleib da. Aber warte, ich glaube, ich weiß, wo du sein könntest. Ich weiß, wo du sein könntest. Ich bin da, wo wir hochgegangen. Das finde ich schon nicht. Ja, ich baue hier einfach noch die Erze auf. Also ich versuche jetzt noch mal schnell meine Schwerter. Okay. Okay, jetzt muss ich nur noch kombinieren, dann habe ich Schärfe 5. Hast du den Amboss? Ja, den habe ich. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt gleich mal finden, damit du dein Schwert kombinieren kannst. Ja, da habe ich Schärfe, also ich habe alles schon, ich habe Schärfe einzeln, Schärfe 5, aber ich muss halt nur noch alles kombinieren. Ja, okay. Ja. Oh fuck, ich war fast... Oh mein Gott. Wie bist du hier lang gelaufen? Hä, wo bist du denn? Da unten an der Kante bin ich lang gelaufen. Warte, ich komme gleich. Oh mein Gott. Siehst du mich? Ich bin noch weiter hoch. Ja, ich sehe dich. Ich bin hier, hier, hier. Warte, ich setze gleich den Amboss. Oder nee, laufen wir erst noch ein bisschen weiter und dann setze ich den Amboss. Ja, und dann sollen wir dann rausgehen. Wir laufen, wir fahren auf dem Rückweg, können wir ja noch ein bisschen Neville fahren und dann gehen wir halt nächste Folge wieder zurück. Ich würde noch ein bisschen weiter gehen, weil da vorne war noch so eine vielversprechende neue, ich sag mal, ich sag mal Area. Ja. Und ich würde da noch hingehen. Ich meine, bis dann könnte dann auch die Folge zu Ende sein und dann nutzen wir einfach die nächste Folge, um uns auf den Rückweg zu machen und dann schon rauszugehen. Ja, genau. Du brauchst einfach wieder abgeheizt, du erst mal wieder. Okay. Ich gehe hier schon weiter, okay? Jo. Da sind wieder Erze. Meine Effizienz-Steinspiele, gesagt. Okay. Warte, komm, komm. Oh, das sieht hier schon ziemlich cool aus. Also, die haben geschrieben. Mit so vorschauenden Vorsprüngen. Sie haben geschrieben gleich, also sie haben ja schon eine Folge Vorsprung. Ist doch okay. Ja. Sind wir schon richtig okay jetzt und jetzt haben sie schon gar keine Chance mehr, weil sie es versäumt haben, die Folge aufzunehmen. Wir haben uns richtig hart hochgehöhlt. Ja, also wenn wir sie treffen würden, wäre es halt, das ist schon nice. Also ich würde, ich würde glaube ich fighten. Wir haben schon gute Sachen, kann sich schon sehen lassen, was wir geschafft haben. Also wir haben jetzt Schärfe 5 vielleicht schon gleich. Okay. Das mache ich nächste Folge. Ich werde jetzt hier erst nochmal Level abbauen. Also Quarze abbauen. Willst du noch in der nächsten Folge im Ding sein, im Neta? Ja. Ja, wir werden in der nächsten Folge schon noch im Neta sein, aber schon wieder auf dem Rückweg, würde ich sagen. Ja. Also, ja. Wir wollen ja, unser Ziel ist ja jetzt auch erstmal einen Bogen zu machen, weil wir den noch nicht haben. Ja. Also vielleicht bleiben jetzt auch noch diese zwei Folgen, die wir jetzt aufnehmen, heute noch auf dem Neta. Kann auch sein. Okay, ich werde wieder einen Garst sehen, aber nicht. Ich habe jetzt zwei Schärfe 2 Schwerter und einen Schärfe 3 Schwerter. Okay. Hier sind nochmal Level. Ich brauche halt 14 Level, glaube ich. Okay, ich sehe den Garst leider nicht. Auch nicht, ich höre nur. Ja. Das macht mir Angst. Naja, solange er noch nicht aggro wird, wissen wir, dass er uns noch nicht gesehen hat. Okay, das war meine Spitzhöcke. Dann nehme ich mal hier. Ja, der schreit halt so ein bisschen rum, wie so ein kleines Kind das nicht kriegt, was es will. Okay, hier ist viel Lava, aber weniger Erze. Hier ist ein Lava-Fluss. Schmeiß mal das weg, schmeiß mal das weg. 14 Level braucht es, um Schärfe 4 zu machen. Ich habe jetzt genau 14 Level. Schärfe 3, glaube ich. Schärfe, nee, Schärfe 3. Äh, nee, was? Schärfe 4, glaube ich? Warte. Wo gehe ich hoch? Schärfe, wir haben Schärfe 4 zu machen. Ich gehe mal hier hoch, hier sind noch Level. 14 Level, 15 Level, bitte dann. Okay. Was red ich denn? Wir sind jetzt schon, ja, wir sind jetzt schon 300 Blöcke vom Portal. Okay. Ja, wir sind schon einiges gelaufen. Mit der Hoffnung natürlich eine Enderfestung zu finden. Nee, Netherfestung meine ich natürlich. Enderfestung? Alles klar. So weit sind wir jetzt auch noch nicht. Ein neues... Ja, einer hat schon das End gefunden, ne? Einer hat schon das End gefunden. Ja, das kann... Ja, aber bei random einfach so. Der hat sich einfach nach unten gegraben und eine Festung gefunden. Das ist ja richtig hart. Okay, hier hast du dich, glaube ich, hochgebaut. Hier sind Steine. Das ist so ein Steinturm. Und jetzt hat sich da so ein Gegner hochgebaut und er tötet mich. Wenn keiner drauf ist, kann ich auch niemand töten. Ja, genau. 46 Sekunden, ne, Christian? Nee, wenn niemand drauf ist, können mich alle töten. Das ist voll bitter. Deswegen ist es der gefährlichste Moment, wenn niemand drauf ist. Vielleicht kann ich die Zeit töten. Ja, die Zeit kann ich auch töten. Wenn du ein Kipp wirst. Aber dann komme ich wieder, weil ich bin so stark. Der Tod macht mir dann gar nichts aus. Ich komme dann einfach wieder zur nächsten Folge, nämlich zur siebten. Ja, so krass bin ich. Jetzt wisst ihr es. Okay, dann bauen wir das noch schnell ab hier. Okay, also ich werde das nächste Folge, glaube ich, schaffen. Ja. Warte mal, da vorne. Was ist da noch? Das sieht komisch aus. Ich bin schon nach sechs Sekunden. Christian, komm, Chrissi, komm. Hier. Weil hier ist ein... Warte mal, ich habe eine nette Festung gefunden. In den letzten drei Sekunden. End. Nice. Nether, nether, ja. Oh mein Gott, Alter. Das war nochmal cool am Ende. Das war nochmal richtig cool. Ja. Richtig krass nochmal am Ende. Also das war die sechste Folge Faro 2. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. 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 傳 kam